Ja, herzlich willkommen zurück aus dem heimischen Wohnzimmer und ich dachte ich zeige mal diesen kleinen Kerl, den ich mir neulich erst besorgt habe und vergleiche ihn so mal ein bisschen mit dem Standard Victorinox Classic SD und ja, mache mal so eine kleine Gegenüberstellung. Ich habe ja zwei Schlüsselbunde, Schlüsselbünde, Schlüsselbunde, Bünde, klingt irgendwie richtiger, einen privaten und einen geschäftlichen und ich habe für den geschäftlichen bis jetzt immer dieses kleine Teil hier dabei gehabt. Ein wirklich schönes Geschenk von meiner eventuell bald Schwägerin und ja, hat die üblichen Verdächtigen. Winzige Klinge, Nagelfeile plus Schlitzschraubenzieher, habe ich ja schon mal vorgestellt und kleine aber sehr taugliche Schere und natürlich einmal die Pinzette und den Zahnstocher. Das habe ich bis jetzt immer im Geschäft gehabt, aber weil ich ja mittlerweile so Einklingen, Slipjoint Taschenmesser, Herrenmesser mit mir mitführe und nicht mehr allzu oft komplette Victorinox Multitools, nenne ich es mal, habe ich privat einfach die Schere und Zahnstocher und Pinzette doch etwas vermisst und habe mich entschlossen, ich tue das wieder zurück vom Geschäftsschlüsselbund an den privaten Schlüsselbund, damit ich, wenn ich nur mit einer Klinge unterwegs bin, trotzdem noch die Schere dabei habe und ja, Nagelfeile und eben die zwei und ja, dass mir trotzdem nichts fehlt. Jetzt habe ich aber für das Geschäft natürlich keine Schere dabei, also habe ich mich für diesen kleinen Herren hier entschieden. Zum einen, weil ich jetzt nicht wieder ein Classic SD kaufen wollte, sondern mal ein Alux-Modell halten wollte und zum anderen auch, um zu vergleichen, wie er sich denn unterscheidet vom klassischen und der erste und gravierendste Unterschied sieht man in der Dicke, dass die Alux-Version ist nur halb so dick wie die Klassik-Version. Hat ein paar Vorteile, aber auch ein paar Nachteile. Der größte Vorteil ist natürlich, dass es wirklich am Schlüsselbund sowohl vom Gewicht als auch von der Breite überhaupt nicht auffällt. Das ist also, ja, verschwindend, so schwer wie ein Schlüssel und es hat genauso eine gute Schere wie der, das sind die gleichen Werkzeuge eigentlich, wie der Classic. Der normale, dann das kleine Messer und wieder die Nagelfeile. Aber es hat doch ein, ja, sehr schlankes Format, das ich wirklich schätze. Der einzige Nachteil ist, es kommt leider ohne Pinzette und ohne Zahnstocher. Aber, ich habe bis jetzt im Geschäft immer ein Flipper-Messer, für die, die sich erinnern, dieses Ethan-Grow-Flipper-Messer, das ich mal vorgestellt habe. Hatte ich bis jetzt immer als Geschäfts-Taschenmesser. Und das habe ich jetzt ausgetauscht gegen ein größeres Victorinox-Taschenmesser. Und da erübrigt sich das mit der Pinzette und mit dem Zahnstocher wieder. Ja, das vielleicht zur Erklärung, wieso ich nicht wieder ein Classic genommen habe. Dieses Teil ist wunderschön, fühlt sich, ALOX fühlt sich einfach wunderbar an in der Hand, muss ich sagen. Es hat wirklich ein schönes Gefühl. Von der Haptik einfach tausendmal besser als das normale Classic, wie ich finde. Und es gefällt mir sehr, sehr gut, weil mit diesem schönen Rot in der Mitte, im Kreuz, einfach genial. Die kommen beide in so einer Hülle. Das ist vermutlich kein, na, Fokus. Das ist vermutlich kein echtes Leder. Das ist, ja, Kunstleder, nehme ich mal an. Fühlt sich zumindest nicht echt an. Aber ich brauche die sowieso nicht, um sie da zu verstauen. Die hängen am Schlüsselbund und das ist schon in Ordnung so. Kratzer werden sie abbekommen, kann man kaum vermeiden. Aber, ja. So, ich glaube, das war es heute schon. Es war ein ziemlich schneller Durchgang für mich. Normalerweise schaue ich es nicht unter 10 Minuten, aber das war noch eine ganz kurze Gegenüberstellung. Da bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Passt gut auf euch auf und bleibt gesund. Macht's gut. Vielen Dank. Ansonsten.